Vorerst nicht. Kann ich mir nicht einfach ins Bett verkriechen und dann hier... Oh Gott. Es ist so dunkel hier und da ist... Der Raum wirkt auch schon wieder so riesig. Ich will da nicht sein. Geh weg. Geh weg. Okay, die Tür ist zu. Aber das Geräusch gefällt mir gar nicht. Ich nehme jetzt erstmal die Pistole. Alter. Alter, wie dunkel das hier ist, ne? Könnt ihr euch das nicht vorstellen. Das ist so... Oh, warte mal. Ist das das Klo? Nee. Das Klo. Das Klo. Jeder freut sich, eins zu haben. Jeder Popo sowieso. Ein Tor versperrt den Weg. Stand da jetzt wirklich ein Tor? Anscheinend das Tor. Das Tor versperrt den Weg. Wird doch mehr Sinn machen, oder? Was ist das für ein komisches Loch da? Brennstoff. Nein, warum habe ich den... Oh Gott, ich will da gar nicht... Nein. Oh Gott. Ich will da gar nicht reingucken. Huah. Huah. Okay, da ist nix. Huah. Ich dachte, da wäre was drin. Da springt mir jetzt irgendwas entgegen, oder so. Alter, was ist das für eine Hütte? Was ist das für eine Hütte? Oh, das sieht aus wie so ein Galgen. Toll. So viel zu sammeln und kein Platz. Hier ein Speicherpunkt. Andere Seite versperrt. Das hört sich sehr lecker an. Alter, was ist das denn? Iiii. Oh ne, nicht schon wieder die Viecher. Boah, nie. Geht einfach weg. Bleh. Oh, da hätte ich echt den... Oh nein. Ich hoffe, wir finden noch einen Speicherpunkt. Und unbedingt den Brenner. Ich mag den nicht. Geh weg. Huah. Huah, alter. Bist du bescheuert? Alter. Huah. 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 Will die mich verharschen? Fick dich. Fick dich. Alter, hast du einen Knall? Ich hab mein Leben noch vor mir. Alter. Wir haben sowohl ins Gehirn geschissen. Oh Gott. Vor allem, wieso krabbeln die da außen rum? Was ist mit der nicht... Was ist mit der denn falsch? Margaret. Dein Vater hab ich mehr... Äh, dein Mann hab ich mehr gemocht. Ih, geh weg. Ah, ist die Leiter? Äh. Ich hör sie. Aber ich seh... oh. Huah. Iyyy. What the fuck, Alter? ... ... Was? Hu! Alter, nein, 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 nein! Alter. Alter. Ist sie eklig. Alter, was? What the fuck? Äh, wieso hab ich mich nicht geilt? Wieso bin ich immer noch... Danke. Boah, ist sie eklig, die Alte. Oh. Kann ich nicht mit dem Rasenmäher fahren, die die Oma überfahren einfach? Boah. Wo seid ihr? So. Weg damit. Oh, die kommt jetzt gleich. Ich weiß es genau, die kommt jetzt gleich. Entriegelt. Hö. Leid noch. Alter, uah. Hö. Ah, geh weg. Lass mich, aua, lass mich. Ii. Ich war fast bei der. Iiii. What the fuck? Was ist mit dir denn nicht in Ordnung? Oh Gott. Ich hab... Ach, wir haben keine Dings mehr, ne? Oh Gott, wir haben kein Leben. Oh. Ah, Chemikalien. Warte mal. Ähm. Huah. Huah. Kann ich mal eben hier so ein Kraut mitnehmen? Hallo, oder? Bzzz. Wo ist der andere? Hat der jetzt ein Kerl gesprochen, oder war sie das? Oder er? Alter. Wie komm ich denn hier? Wie komm ich denn? Ich hab aber keinen... Äh. Geh weg. Stinkst du am Maggi. Huah. Huah. Aua. Alter. Huah. Wo kommen die scheiß Viecher her? Wieso? Alter. Huah. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja noch schlimmer wie der Jack. Huah. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Äh. Landach. Bleib stehen. Äh. Die Frau ist durch. Die Frau ist voll durch. Ohne Spaß. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe von der... Alter, die Frau ist so durch. Hab dich. Was? Wo? Huah. Huah. Ich hab keine Munition mehr. Peng, peng. Geh weg. Lass mich. Ah. Hihi. Ciao. Auah. Oh nein. Oh nein. Oh, ernsthaft. Wie gemein ist es mit diesen scheiß Viechern. Oh, warte mal. Schiebe ich gar nicht. Huh. Wer schreibt denn da jetzt? Alter, in den Schritt schießen. Wie wär's mal mit Tampons? Wie wär's mal... Wie wär's mal mit Tampons? Vielleicht sollte die Dame Werbung machen für Always Ultra. Ich weiß es nicht. Kann ich denn... Warte mal. Kann ich noch irgendwie... ...was herstellen? Ja, nochmal Lebensenergie wäre ganz sexy. Hier liegt noch Chemikalie. Und hier war noch Kraut am liegen. Da nehm ich noch mit. Da machen wir nochmal ein Dings hin. Alter. Ist das jetzt echt hier der Kampf gegen sie? Oh Gott. Oh Gott. Woanders sehe ich jetzt hier keinen Ausgang. Alter. Na komm. Komm, Bruder. Komm. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Lass doch los. Fick dich, Spiel. Ohne Scheiß. Fick dich. Fick dich, Spiel. So. War ja klar, das will sterben. War ja sowas von klar. So. Es wäre schön, wenn keiner in der Gruppe schreiben würde. Margaret setzt manchmal weitere Käfer ein, wenn sie außer Sichtweite ist. Ja, das haben wir gerade mitbekommen. Ach so, okay. Jetzt sind wir hier. Komme ich denn nochmal zurück, oder? Ah ja, okay. Ich geh mal eben... Warte mal eben. Kann ich hier entriegeln und zum Speicherpunkt gehen? Geht das? Margaret! Oh, was ist das denn? Starke Chemikalie. Hier da. Jawohl. Na, geh offen. Cool. Dann gehen wir erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Margaret und... Ich kann mal eben hier, ähm... die Sachen ablegen. Und ich nehme den Flammenwerfer mit. Ach, den habe ich ja mit. Ich bin so schlau. Das Bild kann ich ablegen. Ja, Munition lasse ich mal alles. Dö, 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 dö. Ich habe den Flammenwerfer doch... Ah, ich habe den nicht ausgerüstet gehabt, ne? Äh, ja. Warte. Nehme ich auch mit. Dann haben wir drei davon. Defekte Pistole. Kraut. Können wir das Kraut stecken? Ja, können wir. Schießpulver. Dö, 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 dö. Ja, ich würde sagen, das passt. So, speichern wir nochmal. Speichern. Ne, Moment. Moment, Moment, Moment. Bevor ich speichere. Ich wechsle das mal eben ab. So, ich tausche die beiden mal eben. Dann habe ich den Flammenwerfer nämlich schon drauf auf dem Schnellauswahlslot. Und dann, ähm, brauche ich mir da keine Gedanken machen, dass ich das nochmal, wenn wir nochmal neu laden sollen. Aber der nächste Kampf, den werden wir gewinnen, denke ich mal. So, nochmal eben schnell schauen im Inventory. Ähm, haben wir, Brennstoff hatten wir doch auch noch gehabt, ne, oder? Warte. Brennstoff. Brennstoff, wo ist das denn? Da, Brennstoff. Ist zwar Inventar voll, ist mir egal, aber... Ist mir egal. Ist mir egal. Margaret! Und ich wette damit, dass da wohnt der Sohn Lucas. Hundertprozentig. Aber wer ist dann der finale Boss? Weil das sind doch nur Marionetten, oder? Das ist bestimmt, äh, Mila Jovovich wahrscheinlich. Kommt gleich irgendwo durch ein Gebüsch gesprungen. Und sagt, hier bin ich. Ich bin der Boss. Ja, Freunde, ich würde sagen, auf ein neues. Ratatata. Ja, so. Wir müssen hier auch auf jeden Fall in den Schritt schießen. Das nehme ich noch mit. Kann ich nachladen? Ja. Das sieht gut aus. Die Alte kommt jetzt da. Ich weiß. Ja, ja. Bam, bam, bam. Ja. Hallo. Hey, ich bin doch zurückgegangen. Hab mich trotzdem getroffen? Okay. Sehr strange. Ah, ich kann die Kisten, ja. Kraut. Juhu. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Warte mal, ich mache das anders. Für den Schritt nehme ich die Flinte. Und für Dings. Ah, cool. Hallo. Was ist los? Hab dich gesehen. Meinst du, ich bin doof oder was? Nein, lass mich, Alter. Geh weg. Du stinkst nach Maggi. Hallo. Lass mich, lass mich, geh weg. Lass mich, geh weg. Lass mich, du stinkst. Höh. Huah. Hey, Kraut. Jetzt kommen bestimmt die Viecher, ne, oder? Ich bin gerade am gucken, wo sie ist. Wo schlabbert sie denn rum? Hallo? Freunde? Ja, war klar. Wo ist sie denn? Na, Alter, ernsthaft? Ja, gut, die können wir ja, die können wir ja so erledigen. Aber die anderen, die kleinen Mistviecher, die sind eh... Hast du Bauchweh? Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung. Geh weg, du stinkst nach Maggi. Alter, die Frau ist so fällig. Die Frau ist so durch. Diesmal entkommst du nicht. Diesmal entkommst du nicht. Alter, die ist so fällig. So, wo sind die Viecher? Komm. Schicke deine braunen Entsanden. Da oben sind sie. Keine Ausdicht, die ich glaube. Wo ist sie denn? Die ist so fällig. Die ist so fällig. Die sah gerade echt lustig aus. Ich wollte gerade so eine Musik einspielen. Alter, die Frau ist so fällig. Die ist so fällig. Die ist so fällig. Alter. 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 Ach, die lässt hier Ding spawnen oder was? Schießt den... Alter, ich schieß den wie fort. Ohne Spaß. Da hat dein Arsch aber Kirmes. Glaub mir das. Aber richtig. Ich brauche Munition, ne? Fällt mir gerade auf. Äh, wo war der andere Schrank nochmal mit den Spinnen? Oh, warte. Uah. Na? Alter. Blatt doch mal stehen. Wo ist er denn? Huuuah. Alter. Na? Lass nach. Huuu. Ciao. I feel like dancing. Huuu. I. 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 Ich habe in den Schritt geguckt. I. Boah. Uah. Ich habe echt in den Schritt geguckt. Oh, scheiße. Ich habe keine Muni mehr. Fuck. Fuck. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich echt am Arsch. Wo ist denn... Wo war denn dieses scheiß Dings noch? Der, der, der Gitter? Huuu. Oh Gott. Ah, hier. Achso. Da war nur ein Durchgang, ne? Ah. Was? What the... Alter, ich brenne den Arsch ab. Brenn du Sau. Uhuhu. Gefährlich. Ja, lass mich in Ruhe. Boah, Alter. Was? Ich brenne dir den Schritt weg, Alter. Boah. Ich brenne dir voll den Schritt weg. Alter, mach offen. Da ist Munition drin. Gestirben. Huuu. Survival. Survival. Ja, ich brenne den Schritt weg, Alter. Jetzt bist du fällig. Du bist sowas von fällig. Oh, oh. Huuu. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich muss weg. Aua, lass das. Ist ja noch anstrengender wie beim Baker. Äh, wie beim Jack. Jackie. Da war mir Jack viel lieber, muss ich sagen. Da war mir Jack wesentlich lieber. Als wie die ekelhafte Tante. Boah, fand ich dieser ekelhafte Schritt, den die hat. Boah. Oh Gott. Menstruationsbeschwerden? Fragt Margaret. Huch. Entschuldigung. Hallo? Kommst du mal in mein Gesicht geflogen? Hallo? Wo ist er denn? Ernsthaft? Schnarch. Uah. Uah, Alter. Iiii. Iiii. Äh, ich... Nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. Lande! Boah, fuck. Ey, geh doch an die Seite. Du Demlack. Lass dich doch einfach mal hauen von ihr. Ciao. Huch, wo ist das Mikrofon? Ah, hier. Bin, glaube ich, gerade wieder am Mikrofon gekommen. Es tut mir leid. Die Action ist aber auch einfach zu... geladen gerade in der Szene hier. Ist es... Uah. Wieso bin ich denn fast schon wieder tot? Ich dachte, ich halte mehr aus. Durch die Steroide. Davon merke ich nichts. Ernsthaft? Oh, komm. Ey, Leute. Diese scheiß Viecher. Die geben mir sowas von auf den Sack. Wo bleibt sie denn? Da kommt sie. Ja! Komm her! Alter, was? Äh! Ihr springt mir doch nicht ins Gesicht damit. Blutet, rexau! Äh, äh, was passiert da? Was? Was passiert da gerade? Ich muss da nochmal gucken gehen. Habt doch einfach tot, okay? Wow. Huh, ist auseinandergefallen. Oh, Laterne. Oh, Gott sei Dank. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ja, wir haben Margarit. Man mag es gar nicht glauben. Wir haben Margarit. Margarine. Margarine. Hier. So, ich versuche mal alles mitzunehmen, was hier ist. Was wir haben, haben wir. Ich spring nochmal im Ruhner hier. Zack! So, hier liegen ja Chemikalien. Da kann ich nochmal eben... Genau, nochmal irgendwas herstellen. Kann ich sonst noch irgendwas? Dö, 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 dö. Nope. Okay. Ach, komm mal hier! Können wir es mitten in irgendeinem Teufel? Verdammt. Den Granatwerfer hätten wir uns eigentlich schenken können, den mitzunehmen. Ich brauche einen neuen Rucksack. Oh, eine Sprühflasche. Hier wird wahrscheinlich noch fleißig die Blumen gegossen. Haben wir hier alles? Ja, natürlich. Hier liegt noch Brennstoff drin. Die Zeit habe ich ja auch, im Kampf noch eine Schublade zu öffnen. Freunde. Heute werde ich wieder nie alt. Achso, warte mal. Kann ich mal eben hier drüber kippen? Haben wir dann noch ein Plätzchen frei? Ah, warte mal. Da gehe ich mal eben nochmal ein Ding zu holen. Moment. Was war es denn? Was? Was zum Teufel war das? Oh, Gizmo. Wow, Gizmo. Alter, bist du bescheuert? Gizmo läuft mir gerade zwischen den Füßen entlang. Alter. Bist du mutig? So, okay. Komm. Müssen wir ein bisschen was liegen lassen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Vorhin, wie kommen wir hier raus? Hä? Von hier sind wir gekommen, ne? Hier vielleicht? Oh. Ach, die Tür ist jetzt entfallen. Achso, okay. Oh, Pistolenmunition. Sehr schön. Uh. Ah, ja. Äh, was? Eine Automatiktür. Uh. Uh. Wir haben's. Wir haben Margaret und... Mr... Mr. Jack-Jack. Ähm. Ist das hier mit dem? Warte mal, wo waren dort nochmal? Wenn du rechts am... Irgendwo soll hier ein Secret sein. Und irgendwo soll hier eine Münze rumliegen, hab ich mir sagen lassen. Eine Münze. Zack. So, ich geh nochmal eben aufräumen das Inventar und speichern. Oh Gott, wie ist denn dann der Sohn Lucas, wenn... Die Alte war am Krabbeln, der Baker hatte da seine Riesenschere. Was hat denn der Lucas dann? Schmeißt der mit Gliedmaßen um sich? Das können wir weglegen. Das lege ich auch mal weg. Ja, Pistolenmonie brauchen wir ja. Komm, den Granatwerfer pack ich erstmal weg. Den auch erstmal. Komm, dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, bewegen. Bewegen. Die Laterne werden wir ja eh gleich los. Oder beziehungsweise, die kriegen wir ja eh gleich... Die kommt ja eh gleich weg. Und Dietrich können wir nochmal vorsichtshalber mitnehmen. Falls wir nochmal so eine Kiste finden. Oh, was ist das denn? Ne, ich... Mag noch Munition drin, lol. Ähm. Brauchen wir ja nicht. Die ist ja noch gesperrt für uns. So. Äh, ich werde mal speichern. Dann haben wir das schon mal. Weil wir haben ja Marguerite jetzt erledigt. Das heißt, es geht weiter zu Sohn Lucas. Ich bin mal gespannt, ob wir das Schiff finden. Wovon die Rede war. Was hier angeblich gestrandet wäre oder so. Das ist ja mal ganz interessant zu sehen. Und eine neue Videokassette. Wir haben noch keine Videokassette gefunden. Noch keine neue. Das haben wir schon gesehen. Hier ist noch die Magnum drin. Die da irgendwie drin hinkt. Ich frage mich, wer sowas macht. Was haben wir jetzt? Ach so, die Laterne, ne? Oh Gott. Wir sind ja dann da hinten noch gar nicht fertig. Ich frage mich, was da im Laternen, also im Laternenbereich, wollte ich gerade sagen, ähm, im Bereich mit der Laterne uns jetzt erwartet, weil Marguerite ist ja fort. Oh Gott. Ich dachte, ich wäre mit dem Abschnitt schon durch. Huh.